Es ist kein Laut zu verlieben, ich höre nichts, warum schreit der Liedermann? Oh, in einem Meer zu grüten Lieder, ich will dich schreien, ich will dich befehlen, ich will dich nicht tun. Schlaf zu, schlaf zu, mein Schlaf zu sein, mein Schlaf zu sein. Nein. Nein, ich höre nichts, es ist eine schreckliche Stille. Es ist etwas zu Boden gefallen, ich höre etwas fallen, es war das Schwert des Eichens. Er hat Angst, dieses Klamm, er macht das Schwert fallen, das Zuh, bedroht sich nicht, ihn zu nehmen. Oh, mein Mann, hier ist der Liedermann, dieses Klamm, schenkst du von mir, von mir her. Du hast den Freund dieses Guten Nacht. Nein, ich sage dir, es ist nur nicht genug. Geh zu den Soldaten und Befehle, in den ihn abzusteigen. Du hast meine Angebrüste getroffen, die Verstrummen hat verspricht. Geh zu den Soldaten und Befehle, in den siehst, dann bin ich auf Gott und Befehle, in den siehst. Ich schaffe mich, die Befehle, in den siehst, dann bin ich verschw skinsch. Geh zu den Soldaten und Befehle, in den siehst, dann bin ich Jesus束. Das ist auch schon wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020